The Threat will unite them. You will lead them. So, ich lass euch jetzt die ganze Geschichte ohne zu babbeln. Oder doch, ich kann babbeln lieber ein bisschen, weil sonst öffne ich nicht nur rum, Alter. So, weil, wie schon gesagt, immer das Ende ist immer so furchtbar. So, Dorian, Werik und der eiserne Bruder. Na los, ein letztes Abenteuer noch. Wir alle wussten, dass dies vermutlich unser letztes gemeinsames Abenteuer wird. Also lasst es uns auch genießen. Na also dann, Bianca, zeigen wir all den großen Leuten noch ein letztes Mal, wie man es richtig macht. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. So, ich lass euch jetzt die ganze Geschichte ohne zu babbeln. Oder doch, ich kann babbeln. lieber ein bisschen, weil sonst öffne ich nicht nur rum, Alter. So, weil, wie schon gesagt, immer das Ende ist immer so furchtbar. So, Dorian, Werik und der eiserne Bruder. Na los, ein letztes Abenteuer noch. Wir alle wussten, dass dies vermutlich unser letztes gemeinsames Abenteuer wird. Also lasst es uns auch genießen. Na also dann, Bianca, zeigen wir all den großen Leuten noch ein letztes Mal, wie man es richtig macht. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. Es war mir eine Ehre, all diesen Drecksäcken gemeinsam mit euch allen in den Arsch zu trägen. Ja, da war Rat. Also dann, macht euch bereit. Jawoll, auf geht's. Wir werden es schon schaffen, Inquisitor. Dann, ein Eluvian-Friedhof. Wo haben die Kunari die nur alle her? Und wie lange studieren sie die Eluvian schon? Je schneller wir ihre Invasionspläne vereiteln, desto besser. Ja. Halte noch durch, Inquisitor. Wir machen das. Zusammen, gemeinsam, das letzte Mal. Das letzte Mal. Deshalb werde ich dich rauskippen. Mal. Ich werde mich einfach rauskippen. Ich werde mich einfach rauskippen. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. weg mit ihr so auf diesen seiten sind sie selbst für jemanden die qualität beherrscht absolut unverständlich während die handschrift dieser grätzlichen endet die einen betrunken nun hinterlassen würde sind dieser zeichnung hingegen äußerst genau sie zeigen unglaublich sorgfältige studien mehrere alluvien sowie weggelegte schaubilder in der funktionsweise so nichts und so trotz schaffen wir das verdammt das kann nichts gutes bedeuten jetzt wieder wir sollten uns bei alle weg ich wünschte es würde mich überraschen dass die wieder sale alle ermorden will aber leider tut es das nicht wir erzählen geschichten darüber wie verdorben der süden ist wer würde da nicht die bösen adeligen umbringen wollen um die einfachen leute zu retten ja gut bolle aber du kannst dich alle ermorden die vielleicht was sein könnten vielleicht nicht alle sind schlimm nur mal so zu informationen flack ist es so wir entladen wir uns mal die ganze zeit was aber auf schild Das kann ja auch wo ich bleibe. Das ist ja nicht mal eine beeindruckende Tür. Ja. Ja. Weg mit dem Zeug. Ja. 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 Das ist ganz sehr schwierig, wenn ich jetzt hier einfach zu behalten. Ganz einfach. So, wegbeginn. Boah, ich bin froh, dass ich Dorian hier hab. So, weg mit dem Zeug. So, was durchlesen. Wenn ihr nochmal was lesen sollt, stoppt einfach. In diesen Tagen finden sich mehrere Einträge von einem Aufgrunhalt Baba Playa verfasst sind, so als der Besitzer Tagebus versucht, Sprachkenntnisse zu verbessern. Der folgende Eintrag steht auf der letzten Seite. Ich wurde wieder in einen Palast geschickt, um Vorbereitungen zu treffen. Diese Bar-Jams bekommen nie mit, wer kommt oder geht. Der Drachen-Utom wird als vollkommen unvorbereitet treffen. Ja, das hat man gesehen. So, dann haben wir Schlüssel bekommen. So, dann kriegen wir hier einfach mal hoch. Kollege, mach dann das Schwert weg. So, Arme, das körperliche Kompetenz. Komm mal aus. Dann haben wir noch mal die Möglichkeit eine Waffe noch mal herzustellen. Dann haben wir noch mal die Möglichkeit eine Waffe noch mal herzustellen. Das klang gar nicht gut. Haltet noch eine kleine Weile durch. So, wollen wir noch was zum nächsten hier? Also hier steht was von diesem Verlust des Schlachtschiffes. Umgeachtet des Verlustes unseres Schlachtschiffes Beryltec und seiner 110 starken Mannschaft. Während einer fehlgestandenen gemeinsamen Mission mit der Inquisition vor zwei Jahren, möchte ich euch die Trumpf hier der Kunari versichern, dass keinerlei militärische Vorgehen gegen die Inquisition genehmigt wurde. Darüber hinaus hat niemand im Pavol mögliche Aktionen im Rahmen des Rates billig oder wird die je tun. Wir sind bereits dabei den Banasrat Priesterinnen auswendig zu machen, die für diese nicht genehmigte Operation verantwortlich ist. Wir versichern euch, dass jährige Feindseligkeit Handlungen enden werden, sobald wir die aufgespült haben. Ja, das hat ja prima geklappt mit den Feindseligkeiten. Ok. Der Drahenmodem. Dieses Dokument scheint vollständig auf Kunlein verfasst zu sein. Es enthält jedoch einige komplizierte Zeichnungen, darunter auch Pläne, Halam-Girad sowie weitere Paläste und Festungen. Sie aktivieren die Eluvien. Morrigan meinte, der Schlüssel zu einem Eluvien könnte alles mögliche sein, unter anderem auch Wissen oder Macht. Also häufen sie beides an. So sind sie an den Schlüsselstein gelangt und konnten all diese Eluvien öffnen. Ich hoffe wirklich, sie haben nicht noch mehr uralten magischen Scheiß, mit dem sie uns zusetzen können. Dieser Drachenschädel würde allerdings einen perfekten Sessel abgeben. Vielleicht könnten wir ihn ja zur Himmelsfeste schaffen, wenn das alles vorbei ist. Natürlich. Ja, wie schon gesagt, ich mache dann nochmal ein Video um das Fazit. Was ich gut fand und was ich nicht gut fand. Und dann gibt es nochmal ein Video an BioWare. Ich habe besser gesagt zwei Videos an BioWare. Wo ich die ganzen Gebiete nochmal was dazu sagen möchte. Und auch nochmal andere, also hier DLC und so Zeug. Und dann auch noch was anderes, was ich euch dann natürlich präsentieren möchte. Also das heißt, bleibt bitte bis zum Schluss dran, auch wenn das Game zu Ende ist. Ja, es wird auf jeden Fall nochmal etliche Sachen noch kommen. So, aber genug gehintet. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt durch, äh, hier durch das Tor, äh, wir können ja mal kurz... ...dann noch ein Video anbauen. So, aber bevor wir jetzt auf die... Guck mal, wir haben ja ein lauter Drachenschädel. Also, boah, du kannst dir ja einen riesen Teil den besten raussuchen. So, aber bevor wir durch das Tor gehen, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Der Drahenmodem, dieses Dokument, scheint vollständig auf Kunlein verfasst zu sein. Es enthält jedoch einige komplizierte Zeichnungen, darunter auch detaillierte Pläne, Halam-Girad, sowie weitere Paläste und Festungen. Wisst ihr, die Kunari haben Kirkwall wegen eines einzigen Buches eingenommen. Und hier sind Hunderte. Ich frage mich, was sie darin festhalten. Forschungsergebnisse, Auflistungen, all der Dinge, die sie entdeckt haben, oder vielleicht Rezepturen für Schwarzpulver. Sie aktivieren die Eluvian. Morrigan meinte, der Schlüssel zu einem Eluvian könnte alles Mögliche sein. Unter anderem auch Wissen oder Macht. Also häufen sie beides an. So sind sie an den Schlüsselstein gelangt und konnten all diese Eluvian öffnen. Ich hoffe wirklich, sie haben nicht noch mehr uralten magischen Scheiß, mit dem sie uns zusetzen können.